Nebukadnezar Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Standbild Nebukadnezars und eine andere Deutung, als wir die bislang allgemein gewohnt sind. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. In Daniel 2 wird ja von dem Standbild berichtet, von dem Nebukadnezar geträumt hat. Und bei der Auslegung dieses Standbildes werden die beiden Beine, die beiden eisernen Beine immer ausgelegt auf das Römische Reich, nämlich auf Ostrom und Westrom. Aber wir wollen heute anschauen, warum das nicht sein kann und wollen uns genau anschauen, was die Bibel dazu sagt. Denn wir finden die Antwort darauf, wer sind die beiden Beine, wer sind die beiden Füße und wer sind die Zehn Zehen, innerhalb des Propheten Daniel und innerhalb der Bibel, wenn wir den Text genau beachten. Es geht uns also nicht darum, irgendwelche politischen Strukturen, die heute in der Welt vorhanden sind, in den Propheten Daniel hineinzutragen, sondern den Text zunächst mal unabhängig von der aktuellen weltpolitischen Lage anzuschauen und zu analysieren. Nebukadnezar hat ja in seinem Traum ein Standbild gesehen, das bestand aus einem goldenen Haupt, das stand für Babylon, aus einer silbernen Brust mit zwei silbernen Armen, das stand für das metopersische Doppelreich, einem Bauch aus Bronze, das war eine Deutung, ein Bild auf Alexander den Großen. Dann folgen, so wird zumindest immer ausgelegt, zwei Beine aus Eisen. Und zum Schluss folgen dann die beiden Füße und die Zehn Zehen, die sind aus Eisen mit Ton gemischt. Dieses Bild hat Nebukadnezar in seinem Traum gesehen und später sieht er dann, dass ein Stein losgerissen wird von einem Berg ohne Hände und der schlägt das Standbild an seine Füße, zertrümmert das Standbild komplett und wird selbst zu einem großen Felsen, der die ganze Erde füllt. Das dürfen wir getrost auf Jesus Christus auslegen, der am Ende der Zeit kommt und alle diese Weltreiche zerstört und sein ewiges Friedensreich aufrichtet. Die Frage wird nun sein, wofür stehen diese Weltreiche, insbesondere die beiden sogenannten Beine, stehen die tatsächlich für das Römische Reich, also für Ost- und Westrom, oder steht vielleicht im Text, im Grundtext etwas anderes als Beine, nämlich Schenkel? In den landläufigen Auslegungen geht man davon aus, dass auf Alexander den Großen das Römische Reich gefolgt sei und dann glaubt man, dass das ganz gut passt, dass man aus diesen Schenkeln, so wie im Grundtext steht, dann Beine macht, zwei Beine, und die dann auf Ostrom und Westrom deutet. Das Problem bei der ganzen Sache ist aber folgendes. Der geografische Schwerpunkt des Babylonischen Reichs lag im Vorderen Orient. Auch der geografische Schwerpunkt des Medo-Persischen Reichs lag im Vorderen Orient. Und sogar das Reich Alexanders des Großen lag schwerpunktmäßig im Vorderen Orient und seine Hauptstadt war Babylon. Das heißt also, Kopf, Brust und Bauch stehen komplett im Vorderen Orient. Wenn wir jetzt aber hergehen und nehmen die sogenannten Beine und schieben die zweieinhalbtausend Kilometer nach Westen, nach Europa, nach Rom, dann fällt das Standbild um. Das ist ein Bild, ein Standbild, das eigentlich nur verdeutlichen soll, was später dann im Daniel in der theologischen Auslegung, in der Exegese passiert. Denn man zieht förmlich dem Standbild die Beine unter dem Leib weg. Dann fällt das Standbild um und eine solche theologische Auslegung Daniels hat keinen Bestand. Denn wenn dem Standbild die Beine unter dem Leib weggezogen werden, kann das Standbild nicht stehen. Es entsteht also gar nicht erst ein Standbild. Ich gehe in meiner Auslegung davon aus, dass die beiden Beine, die ja keine Beine sind, sondern Schenkel, auch im Vorderen Orient stehen müssen. Und gedanklich verschiebe ich die beiden sogenannten Beine wieder zurück, von Europa, von Rom, zurück in den Vorderen Orient, da wo der Schwerpunkt Babylons, Medopersens und auch Griechenlands lag. Dann können aber die beiden Beine nicht mehr Ost- und Westrum sein. Dann können aber auch die Zehn Zehen, die immer wieder auf das moderne Europa gedeutet werden, nicht mehr in Europa liegen, sondern müssen ebenfalls im Nahen Osten zu finden sein. Das heißt also, es genügt nicht nur, die beiden sogenannten Beine von Europa wieder zurück zu verschieben in den Vorderen Orient, sondern wir müssen insbesondere für die beiden Füße und auch für die Zehn Zehen eine Lösung finden, eine politische Lösung, eine politische Struktur, die ebenfalls im Vorderen Orient zu finden ist und die auch in der Bibel erwähnt sein muss. Also diese kurze Skizzierung und Zusammenfassung der Auslegung des Standbildes zeigt schon, dass die bisherige Auslegung nicht belastbar ist und irgendwie nicht richtig rund und nicht richtig schlüssig ist. Die Frage wird aber sein, was können wir an dessen Stelle setzen und finden wir etwas in der Bibel, was besser ist, besser belastbar und glaubwürdiger als das, was bisher darüber ausgelegt wird. Zunächst mal ist festzustellen, dass das Römische Reich im Buch Daniel überhaupt nicht erwähnt wird. Das ist zunächst sehr erstaunlich, weil das Römische Reich natürlich ein sehr, sehr großes Weltreich gewesen ist und dessen Auswirkungen noch bis in unsere Zeit nachwirken und auch Jesus Christus während dieses Römischen Reichs gelebt hat. Dass Daniel das Römische Weltreich nicht erwähnt, ist höchst erstaunlich und eigentlich so nicht zu erwarten. Aber es gibt tatsächlich keine einzige Erwähnung des Römischen Reichs. Erwähnt werden Babylon, Medien, Persien, Griechenland, Libyen, Kusch oder Äthiopien. Sogar so kleine Stammesgebiete wie Edom, Moab und Ammon werden in der Bibel erwähnt, aber das große Römische Reich wird nirgends erwähnt. In Kapitel 11 werden die Ptolemäerkönige und die Selokitenkönige in höchster Akkuratesse aufgelistet, aber es werden keine Römischen Cäsaren genannt, Hadrian oder Vespasian oder Tiberius oder Caligula. Niemand ist dort zu finden im Propheten Daniel. Stattdessen aber in aller Ausführlichkeit die Selokiten und die Ptolemäer und bei den Selokiten insbesondere Antiochus Epiphanes, der allgemein anerkannt, der Typus des Antichristen im Alten Testament überhaupt ist. Hingegen wird das Römische Reich nirgends erwähnt und es sieht fast so aus, als ob Daniel die Zeit des Römischen Reichs komplett überspringt. Außerdem ist es historisch so, dass auf Alexander den Großen nicht das Römische Reich gefolgt ist, sondern auf Alexander den Großen sind die Diadochenkönige gefolgt. Kasander, Lysimachus, Selokos und Ptolemäus. Vier Generäle Alexanders sind gefolgt auf ihn und erst nach der Niederlage von Antiochus Epiphanes in Ägypten kommt überhaupt erst das Römische Reich im Vorderen Orient auf. Alexander der Große starb also sehr jung und sein Reich ging über auf diese vier Diadochen-Generäle, die dann später sich zu Königen gemacht haben. Alexander der Große hatte eine Frau, der hat eine persische Prinzessin geheiratet und hatte mit ihr zusammen auch ein Kind. Aber beide waren nicht in der Lage, das Großreich Alexanders zusammenzuhalten. Sie wurden später umgebracht und das Reich ging auf die Generäle Alexanders über. Kasander und Lysimachus spielten keine so sehr große Rolle in der Antike. Die beiden wichtigen Königreiche waren die Selokiden, das syrische Großreich, und die Ptolemäer, das ägyptische Großreich. Die Dynastien der Selokiden und der Ptolemäer haben über Jahrhunderte gegeneinander gekämpft. Denn wenn einer von ihnen den anderen besiegt hätte, dann wäre er der Nachfolger Alexanders des Großen und damit der Beherrscher der Welt geworden. Dadurch, dass aber keiner von den beiden den anderen besiegt hat und sich beide gegeneinander in Schach gehalten haben, hatte in der Zeit das römische Reich in Europa die Möglichkeit, langsam groß zu werden, zu erstarken und irgendwann dann auch auf der Weltenbühne aufzutreten. Allerdings beschränkt sich Daniel auf die Zeit bis zu Antiochus Epiphanes und überspringt daher das römische Reich und erwähnt es nirgends. Die Römer haben also die Vormachtstellung im Vorderen Orient im Jahr 168 v. Chr. übernommen, und zwar zu dem Zeitpunkt, als Laenas Antiochus Epiphanes daran gehindert hat, Ägypten zu erobern und ihn wieder nach Hause geschickt hat. Aber damit endet auch die Daniel-Prophetie. Die Daniel-Prophetie endet mit Antiochus Epiphanes und wird nicht fortgeführt bis ins römische Reich, weder in der Antike noch in der Endzeit. Rein historisch gesehen hat Rom ab da dann auch den vorderen Orient übernommen und dort die Vormachtstellung eingenommen. Damit sind aber alle Auslegungen des Propheten Daniel, die die Daniel-Prophetie auf das römische Reich auslegen, falsch. Denn wie wir eben schon gesagt haben, zieht diese Art der Auslegung dem Standbild die Beine unter dem Leib weg. Und darüber hinaus ist, wie schon gesagt, das römische Reich im ganzen Propheten Daniel nirgends erwähnt. Diese Art der Auslegung stimmt also weder geografisch, noch historisch, noch statisch, noch prophetisch. Im Gegensatz zu dieser Rom-Theorie werden in Daniel 11 die Ptolemäer und die Selokiden in aller detaillierter Ausführlichkeit erwähnt und beschrieben, sodass sogar einzelne Herrscher zu identifizieren sind. Weder Nebukadnezar noch die Könige der Meder und Perser und auch nicht Alexander der Große haben in Daniel derart viel Raum eingeräumt bekommen, wie die Selokiden und die Ptolemäer in Kapitel 11. Und innerhalb des Kapitels befasst sich das halbe Kapitel mit Antiochus Epiphanes. Das bedeutet, dass kein Herrscher, der in der Bibel erwähnt worden ist, auch nicht der große Nebukadnezar, auch nicht der große Alexander oder die Könige der Meder und Perser, den Raum haben, den Antiochus Epiphanes hat, so als ob die Daniel-Prophetie geradezu in dieser Person des Antiochus Epiphanes gipfelt. Aber Antiochus Epiphanes war Selokide und kein Römer. Das wiederum würde bedeuten, dass die Figur des Alten Testaments, die eine Vorschattung auf den Antichristen in der Endzeit ist, kein Römer war, sondern Selokide und aus dem vorderen Orient stand. Das Reich Alexanders wurde also auf seine vier Generäle aufgeteilt, Cassander, Lysimachus, Selokos und Ptolemäus. Und im Standbild folgen auf den bronzenen Bauch Schenkel. In der Bibel steht, seine Schenkel aus Eisen. Ein Standbild hat vier Schenkel, zwei Oberschenkel und zwei Unterschenkel. So wie auf Alexander den Großen vier Diadochenkönige folgten, so folgen im Standbild auf den eisernen Bauch und die eisernen Seiten Schenkel aus Eisen, und zwar vier. Das Römische Reich war natürlich sehr groß und sehr bedeutsam. Im Gegensatz dazu waren die Diadochenkönige innerhalb der Weltgeschichte eher eine Nische. Das heißt, wenn wir uns auf historische Umstände beziehen und die analysieren, dann erstrahlt natürlich das Römische Weltreich und überstrahlt das Römische Weltreich alle anderen Vorgängerreiche bei Weitem. Aber wenn wir uns auf den biblischen Fokus konzentrieren, dann stellt uns die Bibel diese Nischenkönige der Diadochen in größter Ausführlichkeit vor Augen. Und das gilt es bei der Auslegung zu beachten. Verschieben wir also die Schenkel von Europa in den vorderen Orient, dort, wo der Torso steht, und gehen wir davon aus, dass es Schenkel sind, in dem Sinne, dass es vier Nachfolgekönige gewesen sind, die auf Alexander den Großen gefolgt sind, dann steht unser Standbild. Die Frage wird dann aber immer noch sein, wer sind denn die beiden Füße und wer sind die zehn Zehen? Denn Füße und Zehen folgen ja auf die Schenkel. Sie sind aus Eisen mit Ton gemischt. Und der Stein, der ohne Hände von einem Berg herabgerissen wird, schlägt das Standbild ja an die Füße. Wenn der Stein also ein Bild auf Jesus Christus ist, der dann sein ewiges Reich aufrichtet, und wenn das Standbild die Abfolge von Königreichen innerhalb der Weltgeschichte symbolisiert, dann müssen ja zur Zeit der Wiederkunft Christi diese beiden Füße herrschen. Und deswegen ist es wichtig, auch zu wissen, wer diese beiden Füße sind. Und wenn man die Rom-Theorie weiter vertritt, kann man nicht erklären, wer die beiden Füße sind. Die beiden Füße passen in die Rom-Theorie nicht hinein. Denn die geht davon aus, dass es ein antikes römisches Reich gab, ein ost- und weströmisches Reich, im Standbild durch zwei eiserne Beine, angeblich symbolisiert, und in der Endzeit wieder ein europäisches Reich aufkommt, das aus zehn Staaten bestehen würde. Aber in dieser Art der Auslegung ist nicht klar, wer die beiden Füße sein sollen. Und keiner der Ausleger, die ich bisher gehört habe, äußern sich dazu, denn sie alle wissen, dass diese beiden Füße in ihrer Art der Auslegung nicht hineinpasst. Vereinfachend kann man sagen, dass in der Endzeit zwei der vier Diadochenkönige wieder aufkommen, und zwar die Ptolemäer, in Klammern Ägypten, und die Seleukiden, in Klammern Syrien. Denn die werden in Kapitel 11 in aller Ausführlichkeit beschrieben, und die Dynastie wird bei den Selvakiden bis zu Antiochus Epiphanus geführt, und dann macht die Bibel einen unmerklichen Sprung auf einen endzeitlichen Herrscher, den Antichristen. Damit würde unsere Deutung so aussehen, dass wir anerkennen, dass die Daniel-Prophetie mit Antiochus Epiphanus geendet hat und in der Endzeit mit einem endzeitlichen Antiochus Epiphanus fortgeführt und abgeschlossen wird. Damit könnten wir erklären, wer die beiden Füße sind, denn die beiden Füße wären das Wiederaufkommen historischer Seleukiden und historischer Ptolemäer in der Endzeit in Form von Syrien und Ägypten. Das wiederum würde bedeuten, dass wir für die Endzeit im Nahen Osten ein neues Seleukidenreich und ein neues Ptolemäerreich erwarten können. Beide werden dann aus Eisen sein, weil ihre antiken Vorgängerreiche das auch waren und sie werden mit Ton gemischt sein. Die Bibel sagt, sie vermischen sich nach Menschen geblüht. Es muss sich also um Völkerschaften handeln. In den gängigen Auslegungen hört man immer, dass das endzeitliche angebliche römische Reich mit Ton vermischt wäre und deswegen einerseits stark und andererseits schwach wäre. Aber die Bibel sagt hier etwas anderes. Dazu später. Die Geschichte wird sich also wiederholen, aber es wird in der Endzeit kein römisches Reich auftreten, weil Rom in Daniel gar nicht erwähnt ist, sondern in der Endzeit werden zwei der Seleukidenreiche wieder auftauchen, wie sie in Daniel 11 beschrieben sind. Die Geschichte wiederholt sich also und Gott knüpft an die Prophetie über Antiochus Epiphanes in der Endzeit wieder an, wenn dann ein endzeitlicher Antiochus Epiphanes, der Antichrist, auftritt. Wenn also im Nahen Osten ein Syrien und ein Ägypten wieder entstanden sind, dann können wir davon ausgehen, dass irgendwann zur Zeit der Herrschaft dieser beiden Reiche Christus wiederkommt. Und beide Staaten, sowohl Ägypten als auch Syrien, sind ziemlich genauso alt wie Israel. Weil Christus aber noch nicht gekommen ist und sein Reich noch nicht aufgerichtet hat, denn sein Reich wird ein politisches Reich sein und kein geistliches, denn das Standbild berichtet von der Abfolge politischer Weltreiche und nicht von der Abfolge geistlicher Weltreiche. Weil also Christus noch nicht gekommen ist und sein Weltreich aufgerichtet hat, befindet sich zwischen den Schenkeln und den Füßen ein zeitlicher Sprung, und zwar von Antiochus Epiphanes bis in die Endzeit. Das heißt also, dieser zeitliche Sprung ist mittlerweile fast 2200 Jahre lang und reicht vom antiken Antiochus Epiphanes bis in unsere Zeit, beziehungsweise bis in die Endzeit. Damit können wir also einordnen, wer die beiden Füße sind und es bleibt noch eine Frage unbeantwortet, nämlich die, wer sind die Zehn Zehen? Die Zehn Zehen kennt jeder Bibelleser, denn sie werden in den Evangelien erwähnt. Die Zehn Zehen finden wir unter anderem auch in Offenbarung 17 wieder, bei einem Tier mit Zehn Hörnern. Und jeder Bibelleser kennt eigentlich die Zehn Zehen oder die Zehn Hörner, denn sie werden dreimal in den Evangelien erwähnt. Nachdem Antiochus Epiphanes von den Römern wieder nach Hause geschickt wurde und seinen Ägypten-Feldzug nicht ausführen konnte, verfiel das Seleukitenreich zusehends und die letzte politische Struktur, die aus dem Seleukitenreich übrig geblieben ist, ist das Gebiet der Zehn Städte, die sogenannte Dekapolis. Sie wird in Matthäus 4, in Matthäus 5 und in Markus 7 erwähnt. Sie war eine Art nahöstlicher NATO, in der zehn Stadtstaaten sich miteinander verbunden hatten, um sich im Fall von militärischen Angriffen gegenseitig zu unterstützen. Irgendwann im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus ist die Dekapolis dann aufgelöst worden und verliert sich im Nebel der Geschichte. Aber wir können sagen, dass alle Dekapolis-Städte Seleukitischen Ursprungs sind, damit von den Diadochen abstammen, und zwar genauso wie die Zehen an den Füßen und die Füße an den Schenkeln andocken und die Schenkel in Verbindung mit dem Bauch stehen, nämlich mit Alexander dem Großen. So haben wir hier also eine Linie, die von Alexander dem Großen über seine Diadochen zu den Seleukiten und über das ausgehende Seleukitenreich bis zur Dekapolis führt. Und damit sehen wir, dass die Zehn Zehen kein modernes Europa sind, sondern ebenfalls im Nahen Osten liegen, genau dort, wo auch der Torso und die Schenkel und die Füße des Standbildes sind. Zudem werden sie als politische Struktur innerhalb der Bibel dreimal erwähnt. Und damit ist unser Standbild komplett. Die Dekapolis galt zur Zeit Jesu als eine der finstersten Gegenden im Nahen Osten. Dort gab es Schweinezucht und Besessenheit. Jesus ist dort gewesen und hat in Gadara den Besessenen von Dämonen befreit. Und das Land jenseits des Jordans hat ein großes Licht gesehen. Diese antike Dekapolis wird ebenfalls in der Endzeit wieder auftauchen und in Verbindung stehen mit den dann endzeitlichen Seleukiten, mit dem Antichristen. Jetzt bleibt nur noch die Frage nach dem Ton offen. Wir haben im Standbild vier Metalle. Gold, Silber, Bronze und Eisen. Aber wir haben auch noch irgendeine Materialien. Einen Felsen, der Christus ist, ein Gebirge oder einen Berg, der für Gottes Reich steht, denn von dort kommt Christus ohne Hände herab. Und wir haben den Ton. Der Berg oder das Gebirge, der Fels und der Ton gehören zusammen. Denn der Fels ist Christus. Das Gebirge ist ein Bild für Gottes Reich. Und der Ton ist ein Bild für Israel. Christus war hart wie ein Fels, aber Israel ist weich und formbar wie Ton, wie Schmutz. Eigentlich steht im Aramäischen dort ein Wort für Dreck, nicht für feinen Töpferton. Der Grund dafür ist, dass Israel zu der Zeit abgefallen ist und dem Antichristen anhängig wird. Wir erinnern uns, der Antichrist kommt aus Syrien, denn er ist ein Nachfolger des antiken Antiochus Epiphanes, also aus Eisen, während das mit dem Antichristen verbundene Israel Ton ist. Und jetzt verstehen wir, warum Eisen und Ton in den Füßen und in den Zehen miteinander vermischt sind. Denn sie stellen den Bund dar, der zwischen dem abgefallenen Israel, dem Ton, und dem endzeitlichen Antiochus Epiphanes, dem Antichristen, dem Eisen im Standbild. Damit ist dieses Reich einerseits ein starkes Reich, nämlich aus Eisen, und andererseits ein schwaches Reich, nämlich bestehend aus Ton, aus dem abgefallenen Volk Israel. Damit ist unser Standbild komplett. Das war jetzt nur ein erster grober Blick, um dieses Standbild zu verstehen und einordnen zu können. Das Standbild ist im Buch Daniel wie ein Setzkasten, in den alle weiteren Prophetien im Verlauf von Propheten Daniel in dieses Standbild eingefügt werden können müssen. Das Standbild gibt uns einen sehr grafischen und plastischen Überblick über die komplette Daniel-Prophetie, und zwar vom Kopf bis zu den Zehen. Wir sehen also hier, dass die Rom-Theorie komplett verworfen werden muss, denn das Römische Reich ist im Buch Daniel nicht erwähnt. Es werden keine Cäsaren aufgelistet. Die Beine sind keine Beine, sondern Schenkel. Sie stehen nicht in Europa, sondern im vorderen Orient. Historisch folgte auf Alexander den Großen nicht das Römische Reich, sondern die Diadochen. Und die Zehenzehen sind auch kein endzeitliches Europa, das mittlerweile schon 27 Staaten hat und gerade dabei ist, mit Pauken und Trompeten in sich zusammenzustürzen. In der Endzeit wird ein Tier aufkommen, das niemand erwartet hat, das, was schon einmal war, nämlich der antike Antiochus Epiphanes wird ein endzeitliches Pendant haben und wir haben keine römische Linie in der Daniel-Prophetie, sondern eine alexandrinisch, diadochisch, seleukitisch, dekapolische Linie. Die ganze Linie, die uns dort gezeigt wird, ist griechischen Ursprungs und führt zu dem zurück, bei dem Gott seine Prophetie in Daniel unterbrochen hatte, zu Antiochus Epiphanes, der in der Endzeit wieder aufkommen wird. Damit ist unser Standbild komplett. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.